einen wunderschönen guten morgen ihr lieben super heiß herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich habe das letzte food diary gestern beendet beziehungsweise halt geschnitten und dachte mir ich fange heute mit einem neuen video an und es ist freitag und ich dachte mir das woche ende eignet sich eigentlich ganz gut euch wieder ein bisschen mitzunehmen ich hoffe dass es auch spannend wird und ich euch ein bisschen mitnehmen kann ich habe mich nächste woche berufsschule und aber zum essen immer ein bisschen uninteressant deswegen mal schauen wie ich das nächste woche mit dem food diary mache ob ich dann eins filmen oder nicht auf jeden fall wünsche ich euch jetzt ganz viel spaß beim video und es ist jetzt schon 11 uhr genau 11 uhr heute ist auch der erste april also lasst euch nicht verarschen ich habe mir jetzt gerade einen kaffee gekocht und ein tee ich hatte morgen schon einen kaffee aber irgendwie bin ich heute auf kaffee modus weil ich gestern auf der arbeit keinen hatte und irgendwie hatte ich so bock heute auf kaffee deswegen gibt es jetzt noch einen zweiten mit haferdrink ich habe heute morgen einen großen apfel gegessen und eine protein regel den zeige ich euch dann gleich mal und jetzt gerade ein bisschen paprika weil ich irgendwie langsam hunger habe es nämlich schon um 11 und wie gesagt ich hatte ja kein großes frühstück weil ich irgendwie noch keine hunger hatte so zeitig deswegen habe ich halt noch was kleines gegessen jetzt habe ich aber langsam hunger deswegen mache ich denke ich auch schon um 12 mittagspause ich habe voll bock auf einen smoothie wir gehen heute abend auch zu robins zeugnis vergabe also so eine feier irgendwie wo wir eingeladen sind und da gibt es bestimmt auch was zu essen was kleines und deswegen machen wir heute auch schon ein bisschen zeitiger los und ich habe mir voll gekauft wird smoothie und deswegen trinke ich den ganzen mittag zeige ich aber dann später noch auf jeden fall werde ich jetzt noch ein bisschen arbeiten mein thema kaffee trinken dann zeige ich euch nicht zeige ich euch dann noch den regel den ich vorhin gegessen habe und mein mittagessen ist dann so weit ist so ich habe jetzt mal mittagessen fertig gemacht zwar sowas in der art es gibt ja einfach einen smoothie da habe ich jetzt einfach verschiedene tiefkühlbeeren reingeben der schmeckt diesmal richtig gut also ich habe ein paar mehr erdbeeren und heidelbeeren reingemacht und dann noch so eine bären tiefkühlmischung damit es noch ein bisschen säuerlich ist dann noch eine banane vanilla whey vom dm ein bisschen mager quark und geschrotete leinser und obendrauf jetzt noch ein paar von diesen geilen gepufften dingel dingern weil ich die voll gerne so runterlöffel dazu gibt es jetzt noch den rest tee und das ist übrigens mein frühstück heute gewesen einfach ein ganz großer apfel der ist echt riesig und hier diesen proteinriegel der schmeckt auch richtig gut beziehungsweise ist das eher so ein nussriegel war sehr lecker so und wie gesagt die paprika von vorher noch und jetzt lasse ich mir mein smoothie schmecken einen wunderschönen guten morgen ihr lieben wir waren ja gestern auf der feier von hobben und seinem kumpel und es war wieder super cool also ich habe ja gestern meinen smoothie euch gefilmt den ich getrunken habe bevor wir los sind ich habe dann übrigens noch eine kleine portion nachgeholt weil ja noch was im smoothie maker waren war was nicht ganz klasse gepasst hat und dann habe ich hier noch so eine schokowaffe gegessen und dann sind wir auch losgefahren und waren so gegen 17 30 ungefähr da und dann gab es noch so ein kleines abendessen und es gab aber nicht so viel vegetarisches und ich habe dann einfach das erste genommen was ich dachte was vegetarisch ist und habe das gegessen es waren einfach ein paar nudeln mit so ganz komischem gemüse es hat irgendwie nach nichts geschmeckt einfach also es war irgendwie ganz weird keine ahnung und ja deswegen habe ich dort vielleicht drei galen von gegessen und dann eigentlich nur noch so ein bisschen gemüse und obst von so einer obst patte die die dort stehen hatten das war einfach nur ananas und melone und erdbeeren also war sehr lecker und genau dann sind wir wieder nach hause gefahren wollten eigentlich essen gehen aber das ging mir noch nicht so richtig oder nicht mehr so richtig essen gehen aber halt eher so in so eine cocktail bar ja hatte leider nicht so richtig funktionieren wie geplant war deswegen sind wir dann mal schnell in rewe gegangen und haben da noch ein bisschen irgendwo rum gegabelt und sind dann auch wieder nach hause gefahren und habe gestern noch so ein protein rege gegessen weil ich noch irgendwas süßes nachtisch mäßiges aus dem rewe holen wollte der war übrigens richtig richtig lecker hier so in peanut chocolate hat so ein bisschen geschmeckt geschmeckt wie snickers war richtig lecker ging auch vom preis muss ich sagen auch also es gab noch ein so ein snicker protein regel den habe ich auch sogar mitgenommen der einfach 2,49 euro oder so gekostet also ja ein bisschen überteuert auf jeden fall gab es das dann gestern noch und jetzt ist samstag und wir bereiten uns jetzt erstmal fix unser frühstück vor so sieht jetzt mein frühstück aus gibt wieder porridge wie immer die blaubeine habe ich vergessen die hole ich jetzt gleich noch mit erdnussmus und kakaunus und dazu gibt es noch eine tasse tee wir sind gerade vom einkaufen wieder gekommen ich esse jetzt gerade noch eine paprika wir haben vorhin bevor wir los sind noch diesen snickers probiert das ist der den ich gestern gekauft habe wie gesagt der hat 2,49 euro gekostet würde ich mir nicht nochmal holen also ihr seht schon pro riegel 225 kalorien ist jetzt nicht so bombe ich finde also der schmeckt zwar wie snickers aber ist jetzt nicht so super krass also es gibt auch eiweißriegel die da ziemlich nah rankommen und nicht so teuer sind und ich weiß gar nicht ja 20 kalorien ist zwar nicht schlecht aber irgendwie ist mir das das geld nicht wert auf jeden fall haben robin und ich den naja nicht geteilt robin hat so ein so ein stück ungefähr probiert den rest habe ich gegessen dann waren wir gerade noch einkaufen und jetzt gibt es noch ein stück paprika so ihr lieben ich mache jetzt gleich los zu meinen eltern und wir haben die letzten tage äh nudeln gekocht und da habe ich das mir in eine brötusung gefüllt damit das nicht schlecht wird das sind einfach solche linguine nudeln da ist eine tomatensoße jetzt oben drauf mit dem restlichen veganen hack was wir in die paprika schon gegeben hatten und da habe ich jetzt noch ein bisschen gestreukäse oben drauf gegeben das wird dann quasi mein essen bei meinen eltern sein ich habe vorhin übrigens noch eine plama gegessen und dann gehe ich heute mit meiner freundin ins fitti heute abend wieder und da gibt es dann noch einen eiweiß shake danach den habe ich auch schon ready gemacht genau wollte ich euch nur fix auf dem laufenden halten ich mache mich jetzt auf den weg und melde mich dann denke ich morgen wieder weil ich heute abend auch dann bei meinen eltern übernachte freue ich mich schon sehr drauf hallo ihr lieben ich dachte ich melde mich mal wieder ich habe es die letzten tage irgendwie völlig verpeilt heute ist tatsächlich schon wieder montag ich war ja samstag bei meinen eltern ich bin ja nachmittag schon hingefahren und habe euch ja auch noch meine nudeln gefilmt die ich hier gegessen habe und die habe ich dann auch bei meinen eltern gegessen als nachtig gab es auch noch apfel und so ein kleines stück schoki und dann war ich dann mit meiner freundin im fitti und es war so ein nices beintraining wir haben beine zerstört sage ich euch also es war richtig richtig gut ich habe auch heute noch muskelkater also super nice ich sehe gerade mein schrank ist dreckig auch gut das war dann quasi mein essen am samstag ich habe dann wie gesagt noch ein protein shake getrunken als ich nach Hause gekommen bin und dann bin ich schlafen gegangen ja sonntag früh haben wir dann richtige sonntagsfrühstück gemacht wir haben richtig spät gefrühstückt wir haben so also ich habe so aufbackbrötchen mitgebracht und noch eier gekocht und die haben wir dann gegessen und da hatte ich quasi das brötchen bestrichen mit so einer guacamole die ich noch fix gemacht habe und habe ich das ei dazu gegessen und noch ein bisschen käse und dann gab es noch eine scheibe also ich habe noch ein halbes brötchen also anderthalb insgesamt gegessen die andere halbte dann noch mit frischkäse war sehr lecker und so ein bisschen obst und gemüse hatten wir noch klein geschnippelt dann gab es noch kaffee und tee und dann waren wir draußen im garten bei den hasen haben die sauber gemacht und halt noch ein bisschen zeit im garten verbracht auch wenn das wetter nicht so schön war aber es war halt mal wieder notwendig sind dann halt so gegen 14 14 30 wieder drin gewesen habe ich noch kurz mein video geladen und dann habe ich so gegen 15 uhr ungefähr noch ein bisschen kaffee getrunken mit meiner mom und meiner schwester und da habe ich eine banane gegessen und ein klein bisschen so himbeer granberry skier so ein ganz bisschen nur von weil ich mein bruder das nicht weg essen wollte und dann gab es also ein milk hat tötchen so ein küchlein kennt ihr das ich werde euch sonst mal ein bild ein die sind richtig lecker davon gab es auch noch eins und dann bin ich wieder nach hause gefahren und ich hatte dann auch zu hause langsam richtig hunger es war dann auch schon so halb fünf ungefähr ich habe dann den protein pudding gegessen so ein von rewe so ein haselnuss pudding genau und dann habe ich mir gedacht ich mache noch das foodneuheiten video ein bisschen weiter und habe das habe ich nämlich letztens bei meinen eltern vergessen weil ich das bei denen tief vielfach geschmissen habe und dann habe ich es dort liegen lassen ich habe die bueno eis sorten also diese bueno eis dinger probiert und die pappe ist nicht leer weil ich schon alle gegessen habe sondern robin hat gestern eins davon gegessen ich habe davon eins im foodneuheiten video getestet und also gestern quasi und meine schwester habe ich auch noch eins gegeben und einzig noch im tiefgefach feedback seht ihr im foodneuheiten video davon gab es gestern noch eins und dann habe ich ja wieder die reiswaffeln vernichtet und das habe ich noch gegessen ich überlege gerade ach genau robin hat sich wieder obo martine geholt und die ist so nice und ich finde es immer gar nicht geil wenn wir so schokocreme zu hause haben weil die geht gut weg sage ich euch und da habe ich noch einen halben wrap gegessen und toast mit obo martine war sehr sehr lecker ja dementsprechend war es gestern wieder ein bisschen rumgesnacke kann auch sein dass ich jetzt irgendwas noch vergessen habe paprika habe ich noch gegessen und paar tomaten also auch noch ein bisschen was gesundes aber es hat sich in grenzen gehalten ist halt wieder so typischer sonntag gewesen ihr wisst bescheid aber es war einigermaßen grenzen also es war jetzt nicht so dass ich mich voll gegessen habe bis oben hin sondern ich habe einfach ja gegessen worauf ich bock hatte und das war in dem fall eben das ganze süß zeug ähm genau weil ich sagen muss dass ich gestern erstaunlicherweise richtig gut satt war nach dem großen frühstück was ich eigentlich am wocheende mal richtig gut finde weil man dann einfach satt ist und dann auch nicht so das bedürfnis hat zu snacken aber als dann zu hause hatte ich dann doch schon ein bisschen hunger und ich hatte auch keinen bock erst noch was zu kochen und ach frag mich nicht genau auf jeden fall ist heute montag ich habe wieder berufsschule und ähm ich schaue mal wie ich euch so die woche mitnehmen kann auf jeden fall bin ich jetzt halt gerade wieder zurück ich trinke jetzt noch meinen kaffee leer ich hatte heute in der schule ich habe heute früh leider keine zeit gehabt das zu filmen einfach zwei scheiben brot mit mit avokado und frischkäse und wieder so eine obstgemüse box wie ich immer mit habe banane apfel ähm paprika tomaten gurken war sehr lecker genau und eigentlich hatte ich auch noch einen joghurt beziehungsweise joghurt quark gedöns mit habe ich gar nicht gegessen sieht jetzt richtig eklig aus ist einfach nur mager quark mit naturjoghurt und banane und zimt wie ich sonst immer esse da kommt jetzt noch ähm das zeug oben drauf das sind einfach dinkel flakes wieder dieses process granola chia samen und sonnenblumenkerne genau das esse ich jetzt ist nämlich schon halb vier glaube ich mittlerweile ich trinke jetzt noch mal kaffee dazu dass mir das schmecken und heute abend wollen wir dann ofen kartoffeln kochen mal schauen was da noch so dazu gibt auf jeden fall will ich dann auch noch sport machen und genau halte ich euch auf dem laufenden auf jeden fall gibt es bei mir jetzt erstmal meine joghurt bowl so ihr lieben das nenne ich mein abendessen ich habe mir jetzt ja mein abendessen aufgewärmt ich habe jetzt gerade noch einen sport gemacht ich bin super k.o. also ich habe so ein 30 minuten hit bauchworkout vom body kiss kanal gemacht war jetzt fix duschen und jetzt gibt es abendessen wir hatten hier noch so vegane mühlentuckets da die haben uns jetzt geteilt ich habe schon eine hälfte gegessen da sind irgendwie glaube ich glaube neun stück drin ich habe jetzt eben von uns viel gegeben und noch ein halbes gegessen robin hat das andere hälfte die andere hälfte bekommt so genau dann gibt es noch kartoffelecken ketchup dazu noch so ein bisschen kräuter quark und ein bisschen brokkoli für die vitamine und weil wir die noch da hatten und genau das ist jetzt mein abendessen ich freue mich drauf einen wunderschönen guten morgen ihr lieben heute ist dienstag wir haben heute den längsten tag der woche und irgendwie auch den anstrengendsten also nach fünf stunden rechnungs lesen kannst du dich glaube ich auch genau dann haben wir noch schulsport und englisch und danach geht es nach hause ich habe mich jetzt ready gemacht soweit und wollte euch noch fix mein essen zeigen ich gebe nachmittag nämlich auch direkt danach also ich komme nach hause störe alles abpackt alles um und dann mache ich wieder los und fahre mit meiner ma mit und gehe dann zu meinen eltern deswegen mal schauen wie ich euch heute abend das zeigen kann auf jeden fall wollte ich euch jetzt mal mein essen für die arbeit zeigen für die schule meine ich auch wenn es immer nicht so schön aussieht aber ihr wisst wenigstens bescheid heute mal ein bisschen mehr es gibt eine große kanne tee dann habe ich mir hier so eine obst gemüse box wieder gemacht mit gurke paprika ei apfel und paar nüssen dann gibt es noch eine banane dazu hier ein brötchen mit avocado und hier noch zwei scheiben brot mit frischkäse und avocat nie beide mit frischkäse genau und dazu gibt es nachmittag dann heute nachmittag noch so einen eiweißriegel mit wenigstens ein bisschen proteine kommen genau das nehme ich jetzt mit und dann sehen wir uns nachmittag ich hatte dann am nachmittag noch lust auf einen kleinen snack deswegen gab es dann hier noch diesen proteinriegel auch wenn ich schon am nachmittag schon einen hatte aber ich hatte noch lust auf was süßes deswegen gab es den dann noch und eine pflaume und ich war dann mit meiner mom recht spät wieder zu hause und deswegen hatte ich dann irgendwie gar keinen hunger mehr es war dann auch einfach schon halb acht deswegen gab es dann einfach noch einen wrap mit ein bisschen gemüse gefüllt mais und feta und paprika gurke tomate frischkäse genau und als nachtisch noch einen protein shake und ein paar saure gurken war sehr lecker und am mittwoch hatte ich dann in der schule einfach wieder einen joghurt mit weil wir echt zeitig schluss hatten und so ein bisschen obst und gemüse und ja dann gab es zum mittagessen ich bin danach nämlich noch mal zu meinen eltern gefahren weil ich halt schon um zwölf schluss hatte und schon so um eins rum zu hause war gab es dann noch nudeln ich habe die für mein bruder mich zusammen gekocht weil meine eltern nicht da waren einfach spaghetti mit avocadoso oder avocadopesto wieder und ich hatte mal wieder voll bock auf garnelen deswegen habe ich noch so knobi garnelen geholt und die dazu gegessen und noch ein bisschen reibe käse oben drauf und das war ein sehr sehr leckeres mittagessen so ihr lieben ich bin auch mal wieder am start heute in der schule hatte ich einen joghurt mit wir hatten einfach schon um zwölf schluss das war richtig nice deswegen war ich halt auch schon so halb dreiviertel eins zu hause und als ich dann zu hause war habe ich schnell mittagessen gekocht bin dann nämlich noch mal zu meinen eltern gefahren da gab es spaghetti mit avocadopesto und garnelen richtig lecker wie gesagt ich esse ab und zu doch ganz gerne mal garnelen sehr selten aber wenn ich mal bock drauf habe dann hole ich mir die auch mal die gab es dann heute war sehr lecker und dann habe ich noch einen kaffee getrunken und jetzt habe ich gerade gelernt und schulzeit gemacht bis halt jetzt 18 uhr durch mein bruder war auch noch mal kurz mit da und ist jetzt gerade los und jetzt mache ich mir was zu essen ich habe vorhin beim lernen kann noch ein paar weintrauben gesnackt und jetzt esse ich was kleines ich habe nicht so krass hunger aber ich habe bock was zu essen deswegen gibt es bei mir protein joghurt und ich glaube ich mache noch eine scheibe toast dazu einfach nichts spannendes aber irgendwie was schnelles weil ich habe jetzt auch keinen bock um was zu kochen oder was großartig vorzubereiten genau zeige ich euch gleich wenn es ready ist was es bei mir gibt und ja da freue ich mich jetzt sehr drauf so ihr lieben sieht jetzt tatsächlich mein abend essen aus man es nennen kann und ja ich finde es tatsächlich nicht so schlimm abends oder mittags je nachdem einfach auch mal was kleines nur zu essen und dafür zu einer anderen zeit bevor ich mal zwei zu haben ich ja heute mittag meine avocadonudeln und die habe mich auch echt lange satt gehalten und ich habe recht die ganze zeit jetzt nicht wirklich appetit oder hunger gehabt was zu essen und mir reicht dann auch manchmal einfach nur so was kleines ja ich weiß wenn ich den ganzen tag nur snacke und nichts ordentliches esse es ist kein wunder dass ich auch den ganzen tag nur so müll esse aber ich hatte heute eine ordentliche warme mahlzeit und klar könnte ich mir jetzt auch noch was ohne nichts machen aber ich habe auch keinen bock drauf und ich finde das reicht manchmal auch völlig aus deswegen gibt es jetzt einfach den joghurt mit dem pamela ralph granola oben drauf und als nachtisch noch was süßes ein toast mit obo martine freue ich mich jetzt mega drauf und das lasse ich mir jetzt schmecken ist richtig nice und ja mein süßes abendessen heute ich habe gerade für das guten erhalten video hier mal die schokie gekocht gekostet und feedback findet ihr video ich schneide es jetzt die nächsten tage und kommt dann auch die nächsten tage online ich habe jetzt vier stück davon gegessen so als kleinen nachtisch hatte hat irgendwie auch lust das video weiter zu drehen und was zu naschen deswegen hat sich das angeboten und ja das war es an der stelle schon wieder mit dem food diary ihr könnt wie gesagt wie immer mit meinem code by the protein works 10 prozent sparen den link findet ihr in der infobox schaut da gerne vorbei da gibt es super nice sache aktuell wieder ich warte auch noch auf meine bestellung die kommt bald an weil meine superfood bites leer geworden sind protein creme ist auch schon wieder leer ich weiß nicht ob ihr die schon probiert habt aber die schmeckt so nah ist also auch richtig gut und ich will ja unbedingt mal diesen protein cookie probieren den ich euch letztens vorgestellt habe mal schauen wie der schmeckt und ich trinke auch gerade während des schneidens hier wieder mein strawberry and cream also dieser erdbeer sahne shake sehr lecker kann ich euch nur empfehlen wie gesagt mit meinem coach spart ihr immer zehn prozent also schaut da gerne vorbei wenn ihr mal was neues ausprobieren wollt oder wie gesagt bock habt auch ein paar protein reiche snacks und ja genau ich möchte an der stelle das food diary beenden ich nehme euch aber auch eine wieder ein bisschen mit also schaut gerne im nächsten video wieder mit dabei ich würde mich freuen bleibt bis zum nächsten mal auf jeden fall gesund und munter und immer positiv genießt das schöne wetter wenn es immer wieder schön wird bei uns heute total regnerisch und windig windig genau ich freue mich aber schon richtig auf ostern und auch im frühling steht ja auch alles vor der tür und genau deswegen genießt die zeit bis dahin und dann würde ich sagen bis zum nächsten video ciao